Jesus himself said, before anything was, I am, also die Wahrheit, is I am, was heißt das für uns? Das heißt, die Wahrheit ist zu aller Zeit dasselbe. Die Wahrheit wird nicht begrenzt durch Zeit, die Wahrheit wird nicht begrenzt durch Raum, zu jeder Zeit, und an jedem Ort, die Wahrheit bleibt dieselbe. Dementsprechend sprach Jesus, bevor es die Zeit gab, bevor überhaupt irgendwas geschaffen wurde, I am, bin ich, die Wahrheit existierte. So, before we could start anything, Dementsprechend, bevor wir mit irgendetwas beginnen, Before our life can begin, Before we could experience joy, Before we can experience peace, Bevor wir Frieden erleben dürfen, We must first of all appreciate our oneness with truth, Müssen wir zuerst unsere Einheit mit der Wahrheit wertschätten. Dementsprechend, wenn die Wahrheit in unserem Herzen nicht gegründet ist, Wenn wir kein Verständnis über den Wahrhaftigen in uns haben, Wir können den Frieden nicht genießen, Wir können Freude nicht genießen, Freude wird uns fernbleiben. Anders gesagt, Leben quillt aus der Wahrheit hervor. Johannes Evangelium sagt uns, Dass der Sohn Gottes kam, Damit er uns Verständnis gibt. Jeder von uns, Wir sind berufen, im Verständnis gewurzelt zu sein. Nämlich zu begreifen, Dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Und dass du und ich, Wir sind in ihm. Es war Gott nicht schwer, uns zu erlösen. Denn Gott arbeitet, und zwar, Er wirkt mit der Idee des Einen. Denn bevor alles geschaffen wurde, Bevor alles erschienen ist, Gott stellt alles in einem. Damit, wenn irgendetwas einer bestimmten, Oder einer fremdartigen, Sag ich mal, Zweck oder Bestimmung angeht, Außer das, was für diese Sache bestimmt wurde, Gott kann sehr leicht Das Fremdgegangene wieder zurückkriegen, Indem er mit dem Einen umgeht, Indem alles zusammengefasst ist. Dementsprechend, als der Mensch abfiel, Als die Welt abgefallen war, Das war Gott nicht schwer, Den Menschen und die Welt zu retten. Gott muss den Einen erlösen, Indem alles verkörpert ist. Und als einer starb, Sind alle gestorben. Denn warum? Alle befanden sich in einem. Doch als einer gerichtet wurde, Alle wurden mitgerichtet. Als einer verdammt wurde, Alle wurden verdammt. So wurden alle gerechtfertigt. Das Evangelium, die Botschaft Gottes zur Menschheit, Ist keine persönliche, individuelle Botschaft. Ist keine persönliche Botschaft. Ist eine Botschaft des Einen, Der zu allen spricht. Also wenn es einem geschieht, Denn in einem sind alle, Wirklich zusammengefasst, Dann ist es allen geschehen. Und so das Evangelium Jesu Christi, Ist die Botschaft Christi, Die mit dir und mit mir umgeht. Und so was uns die Wahrheit übermittelt, Ist das, Es hat erhebiert, Es hat erhebiert, Es hat erhebiert, Das, was aus sich zerfällt, Denn alles war in ihm, Und in ihm nur kann alles wieder wieder erhebiert werden. Und diese Botschaft lautet, Dass das, Was abgefallen war, Das, was getrennt wurde, Ist wieder hergestellt, Ist wieder vereint, Ist wieder ganz gemacht. Denn warum? In einem wurde alles zusammengefasst, Dementsprechend konnte durch einen Alles gerettet werden. Aber genau das ist die große Hoffnung, Die du und ich heute haben. Dass Gott beruft dich und mich, Dass wir auf Jesus schauen. Er ist unser Retter. Wenn wir nun sagen, Dass alle Dinge in ihm sind, Wir sprechen nicht nur über materielle Sachen. Wir sprechen über dich und mich. Jeder ist in ihm. Aber genau so wirkt Gott mit seinem Geschöpf. Er hat dich und mich ausgewählt. Er schuf dich und mich, Indem er einen ausgewählt hat. Doch bevor die Welt begonnen hat, Er wählte Gott dich. Und zwar, als er Christus gewählt hat. Christus ist der Auserwählte Gottes. Also wurden wir in Christus erwählt. Nämlich bevor die Welt In die Sünde gefallen ist.